was geht leute wieder zurück meiner weitere folge dead by daylight und zwar sind wir der killer ganz kurz und aufs ende kamen relativ wenig videos und weil ich nämlich wieder mitbekommen habe dass die black ops 4 wieder frei ist also ich glaub 22 tage kann man jetzt noch spielen zu zweitpunkt aufnahme und ich mich da ein bisschen festgesucht habe nämlich weil ich mit kollegen gezuckt habe auch mal mit randoms und so ja gut da habe ich mich jetzt nicht festgesucht im battle royale so trotzdem nicht gut drin aber wenn auch noch videos von kommen keine frage so lange die dinge ist noch frei ist klar ob ich das spiel weiß ich nicht weil das ist noch ziemlich teuer und ja mal gucken wir auf jeden fall dafür weil wir machen nichts kam heute ist montag ich nehme auch gerade montag auf der folgen kommen gibt es nämlich doppel upload das heißt ich habe unsere zwei folgen der der jetzt befolgen vor 4 vor 6 70 etter ja genau habe ich alles so am starten Gut... Ich hab keine Vanille-Waffel, Junge. Komm, Heide. Scheiße! Los Hider, komm Mh 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 Hohler! Heute ist was wieder auf ne Küche, Alter. Die sehns auch nicht, die Beine. Können wir jetzt anfangen? Mh Oh, Leute. Mh 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 Achso, er ist am Essen, okay. Weißt du, ein Whisky hat, dass er das Cola am Essen ist? Dreht sich Whisky jetzt nur um uns beobachtet Cola, wie er am Fressen ist. An den Katzen, Alter. Seufelndes Lagerhaus. Ah ja. So, ich mach schon mal hier eine Falle auf. Eine Kiste, ja. Dankeschön. So, ich mach schon mal so ein bisschen hier. Gegenarbeit. Sehr schön. Ich mach doch voll doch mal, können wir eine aufstellen? Mal nicht. Ich... ... 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 Alter, der muss full life, btf Oh, sehr schön Tja Vielleicht haben wir den Ei wieder Ach, was Hehehe So, gefällt mir das Put 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 Kommt, Papa Los Liga, weil ich mich gerade verarscht Liga, weil ich mich gerade verarscht Ich bin der Tja 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 Man Tja Ja, ich bin hier geblüht. Moin. Das ist doch sicher massig fein Ich kann nur so ein nütz So, ich konnte mir dieses Spiel spielen wir schon mal nicht. Katze und Maus, das kannst du klicken. Ne, 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 mein Freund. So, dich krieg ich noch, mein Freund, dich krieg ich noch. Ah, wie gut, dass ich den Schilf eingelegt habe. Ah, wunderbar. Oh. 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 Ich hab doch gesagt, ich hab doch gesagt, manch wollte, ich krieg ich noch. Und ich steh zu meinem Wort. Und ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. ich werde sie zum ausgang laufen so nicht schwul seid ihr alle sonst egal wenn man ein gekriegt wie jetzt muss man sieht wie ein paar mal nachfangen ich bin ein dachte ich mir noch den hittig an noch eine runde erst einmal produzieren haben wir zehn folgen der playlist und dann gucken was wir dann noch dann gucken was du da noch mal also in dem fall wenn das sein ist wir werden jetzt nicht so ein bisschen und ja also sollte das quasi dann erst einmal ersetzen muss ich mal gucken was ist mein bestem muss ich immer noch wieder beruhigt der spinne alter aber naja mal gucken guck mal krieg ich auch meine bessere rechte was zu zacken oder alles mal gucken ich hätte so gutes wetter gewesen halleluja 22 grad oder nicht sogar wärmer voll geil so muss das öfters jetzt sein so 22 bis 24 grad ist voll ok reikt vollkommen ja man muss es nicht sein dann schritt man nur so übelst viel und äh ja auch 26 waren wir auch nicht alles über 26 grad ist für dich zu warm schon ja vielleicht doch dann mit schleibern ist zwar wieder hier verworsten ja ich denke ich werde dann in der nächsten folge noch mal überleben das spiel und dann Das gelacht man nicht schon, ja. Okay, das meistert. Volle Gefälle. Gut. Gehen wir gleich mal los. Oh, bisschen Feuer. Hehehe. Unser erstes Opfer in dieser Runde. Nein. Das gönne ich euch nicht. Okay. Okay. Dann geht die alte weg. Dann holen wir uns hier mal. Den Freund. Ach, die ihre. Ah, okay. Na, komm her. Ah, la. Wamen auch. Tja. Das würde mich belasten. Hey. Schöne. Hey. Zu dir komme ich auch gleich mal. Als ob sie jetzt disconnected hat. Ja, das ist, das ist erbärmlich sowas. Ganz im Ernst. Das müssen die wegen dem ein von der Rautau mehr machen. Sowas ist super unnötig. Hä? Loll. Was ist das? Hehehe. Erstmal direkt hier. Die Möglichkeit darüber zu gehen. Zunichte machen. Er muss hier. Neu. Ich geh mal da gucken. Geil! Na wo? Wo ist der Land? Wo ist der Land? Wollt ihr mich gerade verarschen? Ich liebe diese Fähigkeit, dass... Scheiße, dann gehen die Paletten aus. Oh hey! Lauf mal schön in die Arme. Hä? Wie schnell ich die immer aus den Augen verliere. Wiese. Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr? Wie hielen sich gerade? Alles klar. Wollt ihr? Wollt ihr? Ich glaube ich muss ein wenig mal ein paar Fallen mehr platzieren. Wollt ihr? Könne ich euch nicht? Ich glaube das schaffen die diesmal nicht. Ich habe eine halbe Disconnect-Idele trotzdem auf dem Generator. Wollt ihr? Wollt ihr? Was? Das schmeckt versteckt. Ohohohohoho. Machen wir direkt wieder kaputt. Verdammt haben wir so einen fertig gekübt. Dankeschön. 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 Ah! Ha! 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 Komm mal mit mein Freund... Ach hat er... Haben sie sie wieder befreit? Ja gut! Dann gehst du halt an den Haken. Die wissen noch, dass ich da eine Falle gelegt habe. Was ist los bei denen? Alter. Danke. Das gefällt mir. Sehr schön. Was sind denn meine Freunde? Da sind meine Freunde. Ich liebe diese Aura-Lesefähigkeit. Der ist nämlich schon angeschlagen. Da muss ich noch einmal draufhauen. So. Haben wir den Keller hier. Ja, schön. Die Runde gefällt mir. So muss das laufen. Wo ist denn die andere? Ich glaube, ich kenne das die Luke, ne? Was ist denn jetzt die andere? Ja. Angeschlagen ist hier auch schon. Sehr schön. Oh, was ist das denn? Oh, an der ist es fällig. Ich könnte sie jetzt auch ausprobieren lassen, theoretisch, aber nee, wir laufen uns jetzt nur anständig. Oh. 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 Oh, ne Pfanne platzieren, 100 Punkte, sehr schön, ah geil, ich fühl mich jetzt gut. Ah, unbarmherziger Killer, sehr schön, warum kann das nicht jedes Maße laufen? Ah, schön, oh geil, war das gut, Digga, so muss ich jeder runter im Kilo laufen, okay, hier wird es vielleicht das Konzept halten, weil sowas ist einfach nur, hm, sowas ist immer so was müssen die dir einmal, äh, 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 äh. ich bin wir wollen schule wenn ich die kanal was leichter teilt das video schaut die beschreibung auf instagram twitter und co und macht es gut macht besser ciao mit v